ja ist doch ein witz ja also dann müssen wir wohl doch noch ein bisschen level machen wie zur hölle kommt der creeper da hoch na gut ich finde das uncool gerade dass wir jetzt wo hole ich mir jetzt meine level her wo ich kann mal schauen ob ich irgendwo eine dunkle höhle finde oder sowas eine duke oh guck mal da ist ein level so level 19 tut mir leid scharf ist für einen guten zweck eigentlich nicht aber also das muss ich erzählen sonst ist das scharf angepisst auch wenn man tot ist kann man angepisst sein sonst würde mich der geist des ruhelosen schafes jetzt verfolgen und mich töten das wollen wir nicht wäre doof überlebt 3000 horn von creeper und kommt das scharf an tötet dich juhu level sehr schön so ohne ende ohne ende eine die groß ist diese kohle ader ja na klar ich meine mich stürzt jetzt im endeffekt nicht aber übertrieben ist es schon leicht jetzt haben wir hier noch ein baum ich liebe bäume baume sind so toll vielleicht spotter noch was anderes hier wenn ich jetzt die schafe weg mache wäre ja auch nicht schlecht sooo 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 das eisen brennen haben wir noch was was wir brennen können das können wir noch brennen ok dann räume ich den spaß immer weg sooo und dann gucken wir mal dass wir eventuell noch ein bisschen sand abfarben können den brauchen wir ja so oder so wieder da wir ja ziemlich viel verballert haben und im gleichen Atemzug können wir natürlich das zeug auch zu glas brennen und wieder level machen ich werde ich level 30 erreichen und mir so eine enchantment da holen damit ich weiter bauen kann ich lebe so ungerecht leider ist nicht eigentlich das ist ja normal bei meinem kopf ich möchte jetzt halt also ich hätte normalerweise kein problem damit das klar selber zu kloppen aber in der masse würden wir jetzt echt verluste machen und behutsam geld brauche ich hier auf einer spitzecke von daher gehen wir kurz zu unserem strand und klöppeln da mit alter kronkh methode war sand aus den aus dem Saatenstrand. Ach, mein Gott, ich weiß nicht. So. Wo ist denn unser Abteil? Ach, da hinten. Ich bin schon zu weit. Kann ja mal passieren. Was ist hier eigentlich? Achso, da habe ich auch schon angefangen zu graben und dann habe ich hier vorne weiter gemacht. Genau. Wir wollen ja Sand, wir können Sandstein, deswegen muss ich hier weiter machen. Oh, das war falsch. So. Sand, 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 den brauch ich ja, ja. Sand, sand, sand. Sand ins Gesicht, ich hätte gern Sand, sand, sand. So viel, wie ich nur tragen kann. Sand, sand, sand. Die Taschen voll Sand. Sand, sand, sand ist wunderschön. Sand, sand, sand. Sand, sand tue ich gern seh. Sand, sand, sand. Da habe ich einen Schaden, ey. Absoluten Schaden habe ich, Mann. Das kann man ja gar nicht sehen. Die kann man so geistig gestört sein. In der Hand und in der Hose, Sand ist richtig famose. Sand, 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 sand. Sand, sand, sand. Sand, sand, sand. Wohlbekannt, sand, 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 sand. Es wird dauern, dass es denn noch ein bisschen kubelig ist. Das ist aber kein Sand. Warum ist hier kein Sand? Ich verstehe nicht, warum ist hier kein Sand? Sand. Sand! Ich finde kein Sand. In der Hand liegt kein Sand. Wir haben aber dann noch nicht so viel. Müssen wir weitermachen. so gleich haben wir es geschafft ja dann steigern mitnehmen und theoretisch ich kann das noch fremd zwischen der schung mal schauen immer gleich Lalalalalala Gibt es auch noch Sand hier? Okay Gibt es keinen Sand mehr Hup Da Hier ist noch Sand Da ist noch Sand Sand Auch Sand Auch Sand Ich habe am Rand hier immer vergessen, den Sand mitzunehmen Ich dachte, ja, eine Ebene, alles Sandstein, aber nee, 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 ist alles Sand hier noch Sand Sand So Was ist voll jetzt, oder was Und jetzt heißt, anstärkung ich noch einmal mehr Zu Kohle Denkmal, für den großen Doktorregel-Ongenfall-Rammel, danke und hoffentlich geht es bald weiter. Bitte mit Splendern, natürlich. Äh, dann werf ich die vier Sand doch mal weg. Keine Steine überhaupt mitnehmen momentan, nicht wirklich, gell. Äh, dann stecken wir mal die ganze Speise weg. Ich kann nicht auch das mitnehmen. La 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 la. Bis sogar noch Sand. So, dann rast man hier den Spaß mal ab. Ah, jetzt nehme ich nicht mit, weil kann ich nicht tragen momentan. Super, na gut. Ich habe hier einiges geschafft. Und dann hofft man jetzt hier das mal. Oh. Oh, ich muss grad mal strecken. Ja, hoffen wir jetzt, dass wir hier eine Menge. Das schon erstes Zomboi. Oder Zomjo. Na süße, alles klar bei dir. Scharf. Critical Damage. Critical Damage. Ist ja das Normale. Lagenweil. Ja, die sind nicht unbedingt oft. Äh, also diese Sonderviecher, die gibt es nicht so oft. Die sind schon selten. Das fielen wir auch in der... Test, im Test auf. Das ist da wesentlich, äh, häufig vor. Ich würde sagen, die ist tot. Die dachten sich, hey. Und ja, das war's dann auch schon. So. Da drüben... Wollen wir mal. Bevor ich mir den anlege. Ich meine, der Bogen ist verzaubert. Der ist verzaubert. Ja, stärker eins. Guck mal. Ist jetzt nicht so das Weltwunder. So. Zwei Schläge ändert mein Tod. Warum nicht? Na ja, der Schwer war teuer genug. Ich sag's immer wieder. War teuer genug. Ach, das sehen wir ja nah an. Hier war man ja auch schon lange nicht mehr, aber... Ich habe sogar einen Doob, den Abschnitt. Ob wir hier vielleicht mal ein Skatep finden? Ein anderes? Hallöchen. Ich habe wohl keiner... Das ist eine vollkommen andere Höhle. Warum steht hier... Warum steht hier... Bin ich doch zum Christentum übergewechselt und weißt es nicht mehr? Keine Ahnung. Fragen über Fragen hier, aber ich hätte ja doch gern lieber ein paar Monster vor der Klingel als ein paar Fragen im Mund. Momentan zumindest. Oh. Das lässt natürlich nicht vorkommen. Ich darf schon gerne meine Schere jetzt weg dafür. Aber die Monster wollen sich nicht so zeigen. Ich weiß nicht warum. Da ist irgendwie kein besonderes Interesse vor meiner Klingel zu laufen. Bin, bin auf jeden Fall sehr empört, dass die Monster da nicht mehr Interesse zeigen. Ja. 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 Vielen Dank.